Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play, der Herr der Ring wie Schlacht mit Leerder 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg mit Isengard. Ich bin ein ganz klein wenig genervt, denn nach wie vor habe ich Probleme mit der Aufnahme und ich weiß nicht, warum... So, jetzt geht's aber. Das ist ganz komisch. Ich muss anscheinend, muss ich erst das Spiel starten und dann OBS. Seltsam. Na gut. Er nimmt das zumindest auf, scheint zu passen. Umschalten nicht vergessen. Ich hoffe, jetzt haben wir umgeschalten. Mal nachschauen. Sicher ist sicher. Ja. Genau. Gut. Und dann haben wir hier noch ein paar Schlachten zu schlagen. Drei Stück. Wow. Und dann wo gehen wir denn als erstes hin? Hügelgräber erhöhen? So, vielleicht. Hm, das wird knifflig. Das da machen wir zuerst. Oh Gott. Er probiert's halt wirklich, ne? Unglaublich. Unglaublich. Aber gut, die KI muss langsam was versuchen. Wenn sie nämlich anfängt... Äh, Verzweiflung. Verzweiflung. Sie muss anfangen... Sie muss einfach anfangen, was zu tun. Geht nicht anders. Frühstück fertig. Ein Kartoffelchips mit Paprikageschmack. Sehr schön. Geht mich übrigens sehr mal interessieren, wer von euch... Wer von euch schaut... Meine Videos an und futtert dabei irgendwas. Ist egal, ob Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder... Oder sonst wie. Oder Chips oder Schoki oder Gummibärchen. Vollkommen egal. Aber wer futtert... Wer futtert zusätzlich, dass er guckt... Also mein Zeug guckt noch irgendwas anderes. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil ich mach das gar nicht so häufig, aber es kommt manchmal vor. Also früher... Vor ein paar Jahren, würde ich mal sagen, war das viel häufiger. Dass ich wirklich... Eigentlich laufend Chips vom PC gefuttert hab, während irgendwas auf YouTube lief. Irgendein Let's Play oder so. Keine Ahnung. Ist halt jetzt weniger geworden. Viel weniger. Ja, aber dennoch. So, hier oben scheint da nichts zu sein. Dann gehen wir mal da rüber. Insgesamt ist die Maps sehr seltsam. Ich glaub, hier gibt's auch nichts zum Einnehmen, oder? Erbärmlicher Absatz. Also es hat Orcs. Okay, da wird's noch irgendwas zum Creepen haben. Was war's dann? Ansonsten. Ja, ansonsten gibt's da nichts. Na gut. Na ja, die Orcs werden sie halt töten, ne? So. Genau, die Einstellung. Da hat's auch noch mal Orcs. Da ist der Feind. Da ist der Feind. Da ist der Feind. Der Feind. Da unten? Warum? Warum da unten? Das ist halt so schlecht. Das ist halt wirklich nicht gut. LOL. Wir sind zwischen Spinnen und mich eingegrenzt. Das ist natürlich nice. Das ist ein schöner Bonus. Das ist ein wirklich schöner Bonus. Armbrüste! Ich hab Armbrüste! So, schön schmettern. Na ja. Sollte schon irgendwie funktionieren, oder? Na ja, wir werden das sehen. So, schön drauf ballern. Oh, das tut weh. Das tut weh. Das ist nicht cool. Aber ich dürfte jetzt wieder was ausbilden können, ne? Nice. Aha. Na ja. Inwiefern das hier gut läuft, weiß ich nur nicht. Sehen wir bald. Och nö Das ist blöd Orks Naja Gut Überlebt hat er zumindest Ich kann hier halt fast gar nichts ausbilden Und das ist eine große Karte Das ist sehr unfair Muss ich gestehen Mit nur 360 Kommandeurs Punkten geht halt nix Nur die Festung hat auch schon gut Schaden bekommen Super, toll, wow, danke Aber na gut Ja genau Wir machen so einigen Müll hier Das gefällt mir gar nicht Ja, der ist tot Er müsste tot Tschüss Nee Das wär cool, wenn wir den töten könnten Schafft man nicht Ja, schade Also mit 480 kann ich wenigstens ein bisschen was machen Aber so Da geht ja gar nix Da geht ja wirklich absolut gar nix Hobbits Aha Hä, hat's hier doch ein Gasthaus Würde mich mal interessieren Nee, rennt's doch irgendwo darunter Mann, kann jetzt so schwer sein Ich weiß noch nicht wie das hier läuft Kann ich noch gar nicht abschätzen Also wirklich so gar nix Ja, zumindest ein bisschen Schaden konnte ich hier machen Wenn auch nicht wirklich viel, aber halt ein bisschen Schauen wir mal Ja, das war klar Ah, schön Der Baumeister dürfte bald tot sein Payback Oder auch nicht Ah, ich weiß ja Ach, da hab ich immer noch andere Schützen Na, da schon Stufe 2 Ja, nicht schlecht So, das Geld nehmen wir mit Ah, meine grenzenlose Macht Na immerhin Gut Soll mir recht sein Hammer verteidigt Passt Ja, der wollte sehr schnell Wollte der hier auf Zeugs gehen Auf ausgerüstete Einheiten Hat nicht so funktioniert Wie er sich das gewünscht hat Sie hat nicht gehabt Ganz großes Pech Also Eher schlecht als recht Aber verteidigt Das schon mal gar nicht so schlecht So, und dann geht's weiter Hügelgräber erhöhen So, hilft da nix Aber die sind ausgerüstet Das Müsste gehen Ja Ambroschützen verteilen Lanzenträger verteilen Dann warte ich Bis er zu mir kommt Ja Weil das macht die KI immer Eigentlich Mal schauen Aber natürlich hole ich mir den Vorposten Das ist klar Also das muss sein Dass ich mir den Vorposten hole Mach dich nützlich Das ist schon sehr wichtig Und der kann scouten gehen So In Position Eigentlich wollte ich, dass die das machen Aber gut Egal Egal Sehr schön Jetzt wurde es uns gehört Können wir da weitermachen Sehr gut Schön das Ding zerstören Genau Aber es war auch nicht schwer Bisher Der muss weg Der muss weg Ha! Die haben überlebt Aber der haut gut Boah Der hält ja viel aus Nicht schön Trotzdem wird er verfolgt werden Muss Der muss weg Schaffen wir's? Hab ich nicht gesagt Ihr sollt da Den angreifen Alter Da drauf Der haut da gut Greift's doch Diesen Blöddrachen an Was? Alter Auf Stufe 9 Ist er definitiv Ein sehr knackiger Held Muss ich sagen Sehr knackig Ja Ich hab aber auch gut Schaden genommen Na ja Haben wir's jetzt Das ist nicht so schlimm Mit dem Schmelzofen Na also Aber ich hab ein bisschen Was glaube ich Verloren Ja Die ein oder andere Truppe dürfte da Definitiv gestorben sein Hilft nix Ich muss halt Durchhalten Und den Schwachsinn Muss ich noch schaffen Und das wird schwierig Oh ja Das wird schwierig Ich hab nur Ein Lanzenträger Bataillon Ach du Heilige Böse Die Schlacht Wird knifflig Hätte ich vielleicht Auf nächste Folge verschieben sollen Aber jetzt ist Auch zu spät Jetzt hab ich's gestartet Jetzt Machen wir's auch Pech gehabt Ja Ich weiß noch gar nicht Wie ich das Am geschicktesten Machen soll Was? Ach du Scheibe Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ha! Nice! Jetzt haben wir es geschafft. Lol. Puh! Das hätte doch ganz blöd gehen können. Aber ne, wir haben es geschafft. Ich habe nicht mehr überlebt. Ein Baumeister ist gestorben. Wow! Also. Okay. Nett. Häääh. Äußerst nett. Das bau mir erst mal ne Festung. Sicher ist sicher. Irgendwie bumm einfach Festung. Voll egal. Total egal. So, die Menschen noch schnell besiegen. Was ist denn da los? So, der Berserker, wums und krab, booms und krab. Bums und nochmal, der Berserker ist elendig, voll egal, der haut da drauf. Guter Schaden, sehr guter Schaden. Gestorben ist er aber, sehr guter Schaden. Wir sehen, ob Adakon wieder seinen Fehler hat. Nein. Obwohl, vielleicht steht der ja nochmal auf. Nein. Doch, doch, doch! Ist nochmal aufgestellt. Ich weiß nicht, was das für ein Fehler sein soll. Aber ich find's lustig. Der liegt halt, erst fällt dann nach hinten, stirbt, plötzlich steht er wieder und fällt nach vorne. Das ist so geil. So, die KI bildet aus wie Nommel, was? Also wirklich gruselig. Aber sie wird verfolgt. Ja, fällt ihn. Genau, ist nämlich nur noch einer. Hauf ihn los. Und dann geht's auch gleich wohl los. Das ist die Frage, ob man das schafft und diese ganzen Fliegen hier in meinem Zimmer sind so nervig, könnte ich kotzen. Aber noch schlimmer sind Mücken. Und dann ist es auch noch so eine aktive Fliege, ne? Drecksfischer. Ja. Sehr nervig. Ja, das passt soweit. Die können hier halt leveln, wie sie wollen, ne? Das eigentlich funktioniert. Ich darf halt nur nicht zu viel Zeit lassen hier. Das wär... Das wär... Das wär nicht so geschickt. So, tot sind sie, Gräbein. Was haben wir hier? Nix. Palantir-Vision. Scherzfisch. Und dann erwisch ich sie auch nie, ne? Aber irgendwann hab ich die Fliege. Irgendwann hab ich sie. Dann ist ja kaputt. Entschluss mit lustig. Weil sie fliegt halt dauernd so penetrant um mich rum. sehr nervig. Und schießt, schießt, schießt. Ja, genau. Und nochmal. Es müsste passen. Ja, es gibt wirklich immer Arbeit. Hier gibt es immer Arbeit. Hier gibt es immer Arbeit. So. Der kann zwar ausbilden, aber er kommt hier kein Stück weiter. Das sind wir eigentlich ziemlich nass. Das Gebäude ist fertig. 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 So, was baut da noch einen Turm? Oh. Kann er machen. Tangiert mich wenig. Macht euch Kampferall. Arbeiter! Das Gebäude ist fertig. Aber da schnell genug ist. Komm schon. Die Prozente... Ja. Gibt es hier irgendwo? Nope. Da. Das hat Geld gegeben. Halleluja. Cool. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ah, die Hobbits hauen hier die ganzen anderen Schützen tot. Auch in Ordnung. Macht aber auch nix. Ich kann ja ausbilden. Zerschmettert sie. Nicht zurückfallen. Ja. Lasst keinen von ihnen leben. Läuft doch eigentlich ganz gut. Gut. Wie das ist... Gerade eben war es noch ein guter Platz. Ja, hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Jupp. Sehr schön. Ui. Okay. Ja, das habe ich gewonnen. Also das kann er nicht mehr zurück... Ich wüsste nicht wie. Ja, ja. Die Armee ist groß genug. Wie immer ist diese Armee groß genug. Ja, ja. Schon klar. So, hier stehen noch die Hobbitse. Tines. Das müsste der Mary sein, wenn ich mich nicht täusche. Schaut nicht aus wie der Pip. Schaut nicht so aus, wenn ich mich nicht ganz blöd irre. Da ist der Sam. Da ist der Frodo. Mary, ja. Passt. Und der Feind überlässt mir alles. Sehr schön. Perfekt. Also, lief doch ganz gut. Ich glaube, wir haben alle Schlachten gewonnen. Passt. Wunderschön. Wieder mal gut verteidigt. So können wir das doch weitermachen. Perfekt. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.